Zurück für euch auf Reisen, kurz nach der Shopping Tour der ersten. Seht mal die Sky-Needle oder Space-Needle und was ganz lustiges. Lalalala, Kamosh! Lalalalalala! Aber es sieht nicht so aus, als ob die hier nackte Frauen putzen, sondern das ist es. Schauen wir uns näher an. Genau. Eine kurze, ganz schiere, abgefuckte Passstraße. Aber, Kamosh! Lalalala, Kamosh! Ist ja geil, oder? Gut, dann melden wir uns wieder später, wenn wir ausgelaufen haben. 3, 2, 1, grüß dich!